Moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Brettspielkanal. Heute habe ich ein kleines Duell der Brettspiele für euch und heute steht das Duell der Brettspiele ganz im Zeichen von Point & Click. Ich möchte euch nämlich kurz Chrono Cops und Canterloop vergleichen. Ich möchte euch kurz die Vor- und Nachteile der einzelnen Spiele wiedergeben, sodass ihr wisst, mit welchem Spiel ihr vielleicht in das Point & Click einsteigen möchtet oder vielleicht auch das Point & Click bei euch fortsetzen möchtet. Ja, ich bin völlig gehypt, was Point & Click angeht, denn vor kurzem ist tatsächlich ja auch das neue Monkey Island erschienen. Da habe ich vor kurzem auf Steam reingeguckt und habe es mir gegönnt. Und ja, ich muss sagen, das ist halt der Urvater des Point & Click und ja, muss ich eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Wer gar nicht weiß, was Point & Click ist, dem empfehle ich hier oben nochmal mein Video. Da habe ich auch schon mal das erste Katalogbuch mit Adventure Games ein bisschen verglichen und da erkläre ich auch so ein bisschen, worum es in Point & Click geht. Aber das würde ich jetzt erstmal für dieses Video voraussetzen, dass ihr ungefähr wisst, was Point & Click ist. Genau, wir haben hier einmal Chrono Cops. Chrono Cops, ein neuer Titel von Pegasus-Spiele, bei dem wir ja quasi so Zeitpolizisten spielen, um einen Bösewicht durch verschiedene Zeitstränge zu jagen. Und wir haben hier Canterloop, eine mehrere, ja eine dreireihige Spielbuch-Serie, bei der wir ja so ein quasi so ein Verbrecher spielen und hier den großen Kuh landen wollen. Das eine ist ein Buchformat, nämlich Canterloop ist ein Buchformat. Hier der zweite Teil. Chrono Cops ist in einem Kartenformat. Also das wird mit Karten gespielt. Das ist auch einer von zwei Teilen. Das ist jetzt hier der einfache Teil. Den habe ich als Rezensionsexemplar von der Spiel 22 mitgebracht. Und die beiden Spiele unterscheiden sich aber wirklich grundlegend voneinander. Quasi nur dieses Point & Click, das ist so ein bisschen das, was diese Spiele verbindet und weswegen ich auch hier das Video eigentlich mache. Fangen wir mal an mit Chrono Cops. Chrono Cops ist ein, ja doch, ein Spiel, was sich eher an Anfänger, an Familien richtet, die vielleicht nicht ganz so tief im Genre drin sind, die vielleicht auch nicht so viel Zeit haben, bei denen die Komplexität auch nicht so hoch sein muss, bei denen es einfach auch ein bisschen weniger kompliziert und komplex sein kann. Ja, wie gesagt, ist das Ganze hier auf Kartenbasis basierend. Also wir haben hier so verschiedene Stapel von Karten. Dass die die einzelnen Zeitstränge, quasi die Multiversen darstellen. Und wir können diese einzelnen Zeitstränge nach und nach freispielen. Und wir können immer in den einzelnen offenen Zeitsträngen zu bestimmten Orten reisen und dort dann Entscheidungen treffen oder, ja, quasi verschiedene Ereignisse erleben. Und auf dieser Reise, ja, treffen wir verschiedene berühmte Persönlichkeiten. Ihr seht ja hier schon auch Albert Einstein, es soll hier auf dem Cover dargestellt sein. Und das Ganze muss man natürlich mit sehr viel Humor nehmen. Und, ja, es ist aber sehr, sehr einfacher Humor, der auch die Kleineren unter uns oder die Jüngeren unter uns doch verstehen werden. Im Gegensatz zu Canterloop, bei Canterloop haben wir doch eine, ja, vielleicht doch eher erwachsenere Geschichte, die doch vielleicht eher an diese klassischen Point-and-Clicks im digitalen Bereich angelehnt ist. Also wir haben hier eine doch etwas komplexere Geschichte, würde ich sagen. Wir haben hier auch, ja, komplexere Figuren, die hier mitspielen. Das sind alles fiktive Figuren und, ja, das Ganze ist einfach doch an ein Zielpublikum gerichtet, das dieses Point-and-Click sehr gut kennt und auch zu schätzen weiß, ja, lange Dialoge zu lesen, die man dann natürlich auch irgendwie immer mit einem Augenzwinkern betrachten muss und die halt einfach ein etwas längeres Erlebnis haben wollen. Chrono Cops habe ich solo gespielt, Canterloop habe ich immer zu zweit gespielt. Zu Chrono Cops habe ich, ja, knapp Stunde, anderthalb durchgehabt. Wenn man das natürlich mit mehreren spielt, dann dauert es dementsprechend länger, weil die Abstimmungszeiten natürlich irgendwie ein bisschen größer sind. Wenn ich als alleine spiele, spiele ich das natürlich sehr flott runter. Hier ist 90 bis 120 Minuten Spielzeit angegeben, 1 bis 6 Spieler. Ich würde aber aus meiner einen Erfahrung, also mehr als zwei Spieler ist einfach immer schon schwierig von der Abstimmung her. Dann Canterloop, ab 16 ist das tatsächlich hier auch. Das ist natürlich hier erst ab 12, da sieht man auch schon so ein bisschen das Niveau und ja, den Humor, der hier vielleicht mit reinspielt. Das ist tatsächlich nur für ein bis zwei Spieler ausgewiesen und das ist auch, würde ich sagen, das absolute Maximum, da dieses Buch mit den Seiten hier einfach wirklich sehr unhandlich tatsächlich ist. Und wenn man das hier irgendwie mit mehreren Leuten spielen soll, das wird einfach ein Durcheinander. Fünf bis acht Stunden ist hier Spielzeit angegeben und da seht ihr auch schon, das Ganze richtet sich ja an die Leute, die mehr Zeit haben. Ja, wir haben das Buch tatsächlich noch gar nicht durch. Wir haben es auch zwischendurch abgebrochen, weil ich den zweiten Teil, ja, da gibt es so spezielle Mechaniken, die mir einfach persönlich nicht so gut gefallen. Aber der erste Teil ist wirklich grandios, den haben wir durchgesuchtet. Aber trotzdem haben wir ja mehrere Abende gebraucht, wohingegen ich bei Chrono Cops einfach, ja, eine Stunde gebraucht habe. Habe ich mich kurz auf die Couch gesetzt, habe mich da gemütlich gemacht, große Fläche und habe das runtergespielt. Dann mechanisch. Wir haben ja, hatte ich schon gesagt, hier so einen Kartenmechanismus, der wirklich richtig gut funktioniert. Wir haben diese verschiedenen Zeitstränge und wir können uns immer eine Karte da raussuchen, wo wir dann irgendwie hinreisen wollen. Und dann gibt es noch so ein Tableau, bei dem wir Gegenstände, ja, mit dem Zeitstrang kombinieren können, um dann vielleicht irgendwas auszulösen, ein Ereignis auszulösen oder dann in der Geschichte voranzukommen. Das Ganze ist einfach wirklich sehr gestreamlined, wirklich aufs Einfachste runtergebrochen. Da kann man nicht irgendwie verschiedene Gegenstände noch miteinander kombinieren oder irgendwie mit irgendwelchen Leuten irgendwelche Gegenstände geben oder von denen irgendwie bekommen oder was auch immer. Das ist wirklich sehr gestreamlined. Man geht irgendwo zu einem Ort und da passiert dann irgendwas und dann kriegt man entweder einen Gegenstand oder man kriegt halt keinen. Oder man gibt irgendeinem, der da ist, einen Gegenstand und der kann da was mit anfangen oder nicht. Ist aber alles immer relativ offensichtlich. Auch vom Niveau her ist das wirklich sehr einfach. Richtet sich an das jüngere Publikum, würde ich sagen, die diese superkomplexen Zusammenhänge und diese völligen, tatsächlich sehr unlogischen manchmal Sachen, hier bei Canterloop oder bei Point & Click allgemein noch nicht verstehen können. Dann ist es so, genau, also sehr einfach. Bei Canterloop hingegen haben wir einfach auch einen sehr komplexen, ja einen komplexen Mechanismus. Also der tatsächlich dieses Point & Click, was man aus dem Digitalen kennt, schon sehr gut abbildet. Wir haben hier diese verschiedenen Seiten, auf denen wir gehen können. Das sind diese verschiedenen Orte, die wir nach und nach besuchen können. Wir können hier mit Leuten reden, denen irgendwelche Sachen zeigen. Es gibt Konversationen, die sich dann irgendwann entwickeln, wenn neue Informationen verfügbar sind. Man kann mit den Leuten andauernd irgendwie neu reden und immer neu irgendwelche Sachen erfahren. Man kann hier Gegenstände auch einzeln kombinieren. Man hat so ein Inventar, was man dann irgendwie hat. Also es ist wirklich sehr komplex. Und wenn man das gerade über mehrere Abende spielen muss, vergisst man auch manchmal Sachen. Und es kann sehr frustrierend sein, weil man öfter mal nicht weiterkommt. Und ich finde es tatsächlich nicht besonders einfach. Aber genau das sind diese Point & Clicks ja eigentlich auch. Es ist dann sehr oft Try & Error, was ich sehr schade finde, wohingegen man hier eigentlich nie Try & Error hat, sondern eigentlich immer genau weiß, okay, das ist der nächste Schritt, das ist die nächste Aufgabe. Okay, ich muss jetzt das machen. Das ist völlig klar. Also wir haben hier tatsächlich dann auch wenig parallele Aufgaben und Zeitsachen, die wir erfüllen müssen, und sehr einfache Aufgaben, wohingegen bei Cantaloupe irgendwie mehrere Stränge sind, die dann ineinander verflochten sind. Ja, sehr kompliziert manchmal. Daher, ja, dann der Humor. Beim Humor auch hier, das richtet sich hier wirklich ans jüngere Publikum. Und wir haben hier nicht wirklich schwarzen Humor drin, sondern wir haben hier ja Humor, der auch eher für Kinder geeignet ist drin. Aber trotzdem muss ich sagen, dass es doch sehr pfiffig gemacht ist. Wir haben hier zum Beispiel so ein paar berühmte Persönlichkeiten, die wir hier kennenlernen oder die wir hier treffen, in den verschiedenen Multiversen. Das ist dann auch einfach ganz witzig, wenn du eine Person irgendwie in dem Universum triffst und dann irgendwie in einem Paralleluniversum und dann ist da irgendwas passiert, was die Person irgendwie verändern lässt oder was irgendwie die Eigenschaften oder die Umstände, um die diese Person irgendwie anders haben ablaufen lassen und so. Schon irgendwie ganz witzig. Und selbst wenn man ja erwachsen ist, kann man hier doch das eine oder andere mal schmunzeln. Bei Cantaloupe ist es halt wirklich ein ganz anderer Humor. Bei Cantaloupe haben wir diesen, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, ob das, es ist gar nicht wirklich flach, doch es ist auch irgendwie flach, aber wir haben hier in diesen Dialogen so dieses, dass die Leute einfach so wirklich seltsam sind und so ein bisschen seltsam antworten und ja, eher der Humor, der durch die Dialoge hervorkommt und nicht durch die Situation an sich. Weiß ich gar nicht, ob das so richtig beschrieben ist, aber es ist sehr schwer zu beschreiben. Wenn ihr ein bisschen Point and Click gespielt habt, dann wisst ihr, was ich meine. Und deswegen, ja, zum Fazit oder zum Abschluss möchte ich sagen, also beide Spiele sind super. Bei Cantaloupe 2 muss ich sagen, oder bei Cantaloupe insgesamt, der erste Teil hat mir richtig gut gefallen. Der zweite Teil gefällt mir aufgrund einer Mechanik nicht, die sie hier verbaut haben. Das ist so eine Art Minigame, bei der wir hacken müssen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das nimmt den kompletten Spielfluss aus diesem Spiel und ist einfach nur nervig und zieht das Spiel auch einfach nur in die Länge. Weiß ich gar nicht, warum sie das gemacht haben. Aber den ersten Teil kann ich ohne Wenn und Aber empfehlen. Crono Cops muss ich sagen, kann ich auch ohne Wenn und Aber empfehlen. Oder vielleicht doch mit einem Aber. Ihr müsst euch aber sozusagen bewusst sein, dass das Ganze etwas einfacher und weniger komplex ist, ein bisschen mehr gestreamlined und eher in die Familienrichtung geht, wohin Cantaloupe eher so ein bisschen auch in die Kennerspielrichtung geht. Aber ich muss sagen, Crono Cops hat mich wirklich positiv überrascht. Ich hatte tatsächlich nicht so hohe Erwartungen daran, weil es auch einfach sehr, sehr bunt und sehr kindgerecht aussieht. Aber ich muss sagen, tatsächlich ist das wirklich gut umgesetzt. Und ja, also für das jüngere Publikum, schaut es euch an. Das ist vielleicht was für eure Kinder oder für eure Enkel oder vielleicht auch für euch selbst. Müsst ihr mal schauen. Genau, das war es zu Crono Cops und Cantaloupe. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, euch ein bisschen beleuchten, was so diese Point & Clicks für Eigenschaften haben, mit welchen ihr vielleicht anfangen solltet und mit welchen ihr vielleicht dann später weitermachen solltet. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst auf jeden Fall auch ein Abo da, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und ansonsten, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut doch gerne noch ein weiteres Video. Ich habe hier ein Gespielt-Video mit fünf Neuheiten von der Spielemesse 2022. Auch definitiv fünf coole Spiele dabei. Und hier oben noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Das ist sicherlich auch nicht schlecht. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin. Ciao, ciao.